Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass ihr mit uns kurzweilige und spannende Winterkongresstage erleben durftet. Es lief nicht alles immer einwandfrei. Auch wir haben mit der Planung und Durchführung eines komplett virtuellen Kongresses Neuland betreten. Wir bitten um Nachsehen und gelobene Verbesserung. Herzlichen Dank an dieser Stelle allen Referentinnen und Referenten für die spannenden Vorträge und Workshops und die Bereitschaft, diese unter den gegebenen Umständen zu halten. Bei der Auswahl an den Vorträgen und Workshops fiel die Wahl wahrscheinlich nicht immer leicht und man musste sich für einen Raum entscheiden. Wie bereits erwähnt, werden die aufgezeichneten Streams in den kommenden Tagen über media.ccc.de zugänglich gemacht. Menschen, die die digitale Gesellschaft erst vor kurzem entdeckt haben, empfehlen wir wärmstens unseren Newsletter zu abonnieren. Diesen gibt es übrigens seit kurzem auch in Französisch. Anmelde-Link für den Newsletter und Hintergrundinformationen zu den Themen, an denen wir arbeiten, sind unter digitale-gesellschaft.ch zu finden. Der beste Weg, uns kennenzulernen, ist aber eine Mitgliedschaft. Der Winterkongress soll einen niederschwelligen Zugang zu den Themen der digitalen Gesellschaft ermöglichen. Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch ökonomisch. Mit den tiefen Ticketspreisen steht der Winterkongress allen offen, die sich für die Themen der digitalen Gesellschaft interessieren. Diese tiefen Preise sind aber nur möglich, weil andere Vereine und Unternehmen uns unterstützen. Deshalb möchte ich diese jetzt gerne erwähnen. Wie bereits im letzten Jahr dürfen wir zu Gast sein in der Roten Fabrik. Das Programm von kapsel.space streamen wir heute Abend vom Clubraum der Roten und das Kapsel-Team wird vor Ort unterstützt von der Roten Fabrik. Die Pan... dass wir in diesem Jahr... Entschuldigung. Herzlichen Dank allen Beteiligten in der Roten Fabrik und insbesondere an Kyros und dem Team von Konzeptbüro. Hoffentlich sind wir 2022 wieder bei euch. Das Ticketing inklusive Tools zur Verwaltung von Buchungen und Planung von Helferinnen wird uns von Ticketpark zur Verfügung gestellt. Dass wir auch in diesem Jahr auf die Partner Ticketpark und Rote Fabrik zählen durften, freut uns sehr. Die Pandemie hat die Kulturbranche ganz besonders hart getroffen. Es ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten dennoch auf eure Unterstützung zählen zu dürfen. Herzlichen Dank. Die Streaming Studios für die Talks und die Workshops durften wir in den Räumlichkeiten des Vereins Bitwäscherei und von Share & Repair Zürich im Gebäude der alten Zentralwäscherei aufstellen. Vielen Dank auch hier für die Gastfreundschaft. Ein virtueller Kongress braucht einiges an Infrastruktur. Material für viele Meter LAN inklusive Switches und was man sonst noch für ein gutes Netzwerk braucht, haben wir von Strict erhalten. Die Server-Infrastruktur für das Streaming wurde von C3WOG gestellt. Für unsere Work Adventure und BigBlueButton Instanzen haben wir Hosting-Kapazität bei Switch erhalten. Dank dieser Infrastruktur durften wir uns über die stetige Zunahme an Anmeldungen freuen und mussten uns keine Sorgen über möglicherweise zusammenbrechende Server machen. Schon länger hat die Digitale Gesellschaft eine Medienpartnerschaft mit der Wochenzeitung WOTS. So geben wir zum Beispiel zusammen den Ratgeber Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung heraus. Am Winterkongress liegt jeweils die aktuelle Ausgabe der WOTS zur Mitnahme bereit. In diesem Jahr konnte man die WOTS in der WOTS-Leseecke im Dorf durchlesen. Wir danken der WOTS für die Zusammenarbeit. Auf der Suche nach einem schönen und leicht editierbaren Path für die Organisation der Self-Organized Sessions sind wir bei der CoreDump, dem Hacker und Makerspace von Rappersville Iona fündig geworden. Vielen Dank für das Zufügungsstellen des fabulösen Paths. Es hat uns gute Dienste erwiesen. Die Balance zu finden zwischen möglichst wenigen Menschen an einem Ort zu versammeln und alle Aufgaben zu verteilen, war eine Herausforderung. Wir kamen nicht umhin, lange Schichten zu verteilen. Einzelne waren den ganzen Tag im Einsatz. Ich danke allen Helferinnen ganz herzlich, die von zu Hause und vor Ort mitgeholfen haben, diesen virtuellen Winterkongress möglich zu machen. Ein Dankeschön auch an die Küche, die unseren leeren Mägen vor Ort mit feinem vegetarischen Essen gefüllt hat. Ehrenamtliches Engagement ist nie selbstverständlich und schon gar nicht mitten in einer Pandemie. Tausend Dank, ohne euch hätte es den vierten Winterkongress nicht gegeben. Dass auch ein virtueller Kongress einiges an Arbeit bedeutet, haben wir im OCA zu spüren bekommen. Vielen Dank meinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Wir können auch digital. Mit dem Musikprogramm von Kapsel.Space darf ich euch jetzt in den Feierabend entlassen. Kapsel.Space hat während dem ersten Lockdown mit ihrer Plattform Musikerinnen die Möglichkeit gegeben, ihre Musik in die Stuben zu tragen. Danke liebes Kapsel-Team für die Organisation, den Bau der Kapselwelt und den Stream. Es tut gut, mal wieder Livemusik zu hören. Bitte beachtet aber weiterhin, die Welt von Kapsel nur mit Headset zu betreten, damit es nicht zu unschönen Rückkoppelungen kommt. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das war der vierte Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Gerne hören wir nun von euch, wie ihr den Kongress erlebt habt, was gut war und was wir noch verbessern können. Der Feedback-Link wird in Bälde verschickt. Schön seid ihr alle dabei gewesen. Danke für die Fragen, die Diskussionen, den Austausch. Ich verabschiede mich und freue mich, einige von euch noch an der Bar von Kapsel.Space anzutreffen. Der nächste Winterkongress findet Ende Februar 2022 statt.